Yo Leute, was geht? Willkommen zu diesem Unboxing auf meinem Kanal, Freunde. Ja, heute Unboxen wir den Greenscreen, Freunde. Ja, ich habe mir einen Greenscreen bestellt. Ich würde sagen, fangen wir direkt an. Oh. Oh. Okay. Ah, okay. Ausbleiben. Das ist das. Das ist das. Dann ist das in Zukunft ein Greenscreen, jetzt kommen wir hin, Freunde. Alter, das ist das für ein hoheres Teil. Das sieht hier von so aus. Das ist das. Energie mal weg, dann. Okay. Wie krieg ich jetzt hier die beste raus? Ohne, das ist du. Hier, hier unten. Und das ist noch so. Oh, das ist wieder Freude. Und das geht noch so. Perfekt. Okay, jetzt sind wir hier zugeklebt. Und die Blöden. Das ist auch diese klassische Südgestürme. Ah, hier. Die Schiebe sind nach vorne. Und das ist wieder in den Mund. Und das ist wieder der Schiebe ist. Das ist ja so weit. Ah, das ist ja so weit. Das ist ja so weit. Oh nein. Huh? Nein, das ist ja so weit. Das ist ja so weit. Die sind ja so weit. Die sind ja so weit. Die sind ja so weit. Das ist ja so weit. Dass man nach vorne kloppen kann. Okay, wacht. Das ist erst mal auf, Freude. Das ist erst mal auf. Die haben wir aber nicht. Oh mein Gott, Freude. ok, das ist der Hammer Freunde, das ist der Hammer ja Freunde, jetzt werden eigentlich dann die Lässe wie das noch kommen, wo ich ein normaler Facecam habe und danach geht es los mit der Facecam Regatta dann wisst ihr was das für eine Facecam Hange wird von 4 Jahren auch in den Streams dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lass uns da mal runter, lass mir ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal, haut rein, tschau!